Rheinkendorf Rücken wir bestimmt nicht aus Papadipadapad Blüden sind wir aufgegangen Vollen Riemen stehen ein Doch die Doppelpolizei hat es sich gefangen Freiein, wie bist du? Schneller, ja! Welch durfte das heute? Was ist los? Irene und Monika! Hallo! Hallo! Macht sie denn los? Schnell! Klemmen! Klemmen! Lalalalalala! Monika, dich das mir nicht getraut. Geschafft ist es scharf. Sechs Stunden draußen, vorne wieder rin. Kennen wir doch! Wer? Timmy kommt! Es ist verboten, vormittags auf dem Hof rumzustehen! Also! Und? Na los doch! Heute kannste den Großen Ausgang nehmen? Sind die da welche abjauen? Ich wills! Ihr bessert euch nie! Wieso ich wieder arbeite? Na ja du! Wo arbeitest du eigentlich? Kaufhaus! Ich müsste mal einen neuen Anzug haben. Bringst du den mit? Gibt's denn bei euch überhaupt Anzüge? Bei uns gibt's alles, was es überhaupt gibt. Tschüss! Bedienst du mal, wenn ich da komme? Scheiße! Wieso eine feine Ausdrucksweise? Was ist denn? Ach, Min, schau ab! Ach, du komm, los! Ich hab' ja gewusst, Mensch, immer besser, meine Italiener. Die Min, schau ab! Na, ich kann ja heiter werden. Bitte schön, die Dame. Du sollst Esel heißen, sprach der liebe Gott. Gefällt dir das? Oh ja, sagte der Esel und sprang vergnügt davon. Dass mir aber auch keines seinen Namen vergisst, rief der liebe Gott, als er endlich fertig war. Das versprachen die Tiere und sagten alle noch ein paar Mal ihre Namen vor sich hin. Nur der Esel, der es so eilig gehabt hatte, hörte die Mahnung nicht mehr. Er dachte bereits an sein Futter und an ein gutes Plätzchen zum Schlafen. Als er am nächsten Morgen aufwachte, wusste er seinen Namen nicht mehr. Erst dachte er, das ist nicht so schlimm, es lässt sich auch ohne Namen gut leben. Und der liebe Gott wird es schon nicht so genau nehmen. Doch gerade darin hatte er sich getäuscht. Die fehlt heute, die ist vorhin weg. Wieso, warum? Wir haben doch Schule. Auf Trebe, wenn sie nichts dagegen haben. Ach so. Also da Monika. Die ist auch weg. Mein Gott, wie soll man denn mit euch arbeiten, wenn ihr nie da seid? Also Barbara, dann liest du weiter, ne? Wir sind doch da, Herr Nagel. Warum beschimpfen sie eigentlich immer den Falschen? Kann doch nicht sagen. Also bitte, Barbara. Und du hältst jetzt den Mund, Yves. Ich muss mal eh nur rochen. Darf ich? Also Yves, noch ein Wort und ich schließe dich vom Unterricht aus. Das wollte ich Ihnen gerade vorschlagen. Also bitte, Barbara. Ich finde die Geschichte doof. Barbara! Da packte ihn... Nein, wir sind doch erst bei... Doch gerade darin hatte er sich getäuscht. Doch gerade darin hatte er sich getäuscht. Am selben Tag noch ging der liebe Gott von einem Tier zum anderen und fragte jedes nach seinem Namen. Alle wussten ihn. Nur der Esel fing an zu stottern und konnte sich gar nicht erinnern. Heiß nicht gesagt? Da packte ihn der liebe Gott an den Ohren. Willst du dir wohl merken, dass du Esel heißt? Rief er dann. I-ja, schrie der Esel. Pampas! 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 Das Rauchen in der Klasse ist verboten. Eben, das hätt'n Sie sparen können. Pampas! 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 Christoph! ... Na na, Apo, va? Einfach! Wo ist denn Monika? Drinne. Angst gekriegt? Ach Mensch, die blöde Kuh, wir waren schon rüber, verknackst sie sich das Behen. Necke kamen, da kam Kellerchen mit seinen VW wieder drin. Willste ihn? Nee, hat er euch angefasst? Na, dat wacht er nicht. Wo ist denn hin? Ich bin die Randzeit. Ich bin schneller. Na, zum Mutti, dass ich erst mal einen Pfund hab. Kommst du heute? Klar, ihr sagt es, ihr sagt. Klar komm ich. Samstag hab ich Nacht, oder? Ich weiß. Na, ich wollte dich nur dran erinnern. Was hast du nur gemacht? Du konntest ja vergessen haben. Hab ich aber nicht. Was ist denn los? Nichts. Bis nachher. Hallo. Na, na, na. Ich hoffe du hast eingesehen, dass es keinen Zweck dazu entweiten. Wir sind schneller als ihr. Das müsst ihr doch allmählich gemerkt haben. Und Serena auch wieder hier kriegen? Was macht dein Fuß? Frau Tim, ich hab so einen Nassbeben. Du wolltest sagen, du hast Appetit auf eine Zigarette? Tim, ich hab wirklich einen schrecklichen Appetit auf eine Zigarette. Wenn du dich gut führst, werde ich dir heute mit deinem eine Zigarette bringen lassen. Ich hab dich gefragt, wie es deinem Fuß geht. Bitte antworten. Wenn ich eine Zigarette hätte, wäre mir das ja. Monika. Man muss auf seinen Körper achten. Auch das gehört zu einer guten Erziehung. Also bitte hast du Schmerzen. Man steht übrigens auf, wenn man mit einem Erwachsenen spricht. Oh, schluss. Ach, schluss. Setz dich, ich vergaß, dass du einen kranken Fuß hast. Wenn du nicht entwichen wärst, wäre dir das nicht passiert. Aber auch du kannst durch Schaden noch klug werden. Kann ich ja verstehen. Ja, was ist denn nun? Ich dachte, du freust da. Trink mal einen Schnaps mit, Wuschelkopf. Ich hab keine Zeit. Wo ist denn Vati? Zuhause. Weißt du noch. Du in Kirsch? Nee, danke. Und Oma? Lass Oma mal in Ruhe. Die richt sich doch bloß auf mit ihrem Herzen. Zahl mal. Achtzig. Moin. Moin. Diese Typen, die leiden. Misch dich hier nicht ein. Sagen wir hin. Wo willst du denn hin? Ich weiß schon, was ich will. Hast du Krach mit Fatih oder warum bist du so komisch? Das lass mal meine Sorge sein. Baul wieder voll, wa? Ich kann dir auch nicht helfen. Das weiß ich. Doch Fatih will nicht, dass du hierher kommst. Wegen der Kundschaft. Immer mit deinen Hosen. Hat Ina was gesagt? Ich find's auch nicht schön. Du solltest dich verschönen. Ach hör doch auf, Mensch. So war heiraten, wa? Seid gern euch, wie das. Das wird die Chefin, die war aber alles viel schöner. Nächstes Jahr wird's besser. Ja, wenn ihr einen Wagen habt. Mensch, das kenn ich doch. Hier geht die Chef wieder schlechter. Dann fahrt die Geld versoffend. Dann brauchst du nur einen Eisschrank. Euch hinaus reden nie aus. Na, jetzt mischt man die Hallen. Na, ihr vertragt euch wieder. Kannst du mal die hin? Wo gehst du denn hin? Mal sehen, erst mal zu Roma. Mal noch einen Freund. Wenn du bei Oma nicht schlafen kannst, kannst du zu Hause kommen. Komm mal im Dunkeln. Braucht ja keiner zu wissen. Wenn Vati weg ist. Wenn die Bullen kommen, sagst du, du weißt nichts. Ich ruf mal an. Ich war auf der Lette, Frau Tim. Weit Post? Ich war früh genug erfahren. Komm voll ab. Weißt du schon das Neues? Nein. Monika sind schon wieder im Bunker. Was? Die können ja auch selber raussehen. Warum dürfen denn nicht alle mit? Das wird zu viel. Zehn Mädchen mehr nicht. Sagen Sie doch, wer. Ich muss die Liste erst noch mit Frau Tim besprechen. Und die oberste Entscheidung hat das Landesjugendamt. Die kennen es doch ja nicht. Die kennen eure Akte. Aha. Der Ausflug. Der Ausflug ist ein Experiment. Ihr wisst selbst, dass wir das noch nie gemacht haben. Ich habe mir gedacht, dass wir auf alle Fälle die Mädchen mitnehmen sollten, die am längsten hier sind, die sich bewährt haben. Ich möchte mal wissen, wie lange man sich bewähren soll. Außerdem kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dass das nischt wird. Wieso? Weil wegen Pampers. Wenn eine abhaut, wird ein anderer bestraft. Kennen wir doch. Und Timmy freut sich, dass sie wieder was verbieten kann. Na ja. Jetzt warte es mal ab. Mach es doch mal. Herr Nagel? Ja, ich komme. Los, wir schmeißen erst mal Zehret in den Bogen. Oh ja. Ich glaube so, dass hier viel Leute passiert, Norbert. Ich habe so unterstimmungen. Ich habe so unterstimmungen. Osten kann ich nicht mehr. Bitte sagen Sie den Mädchen, dass es eine Selbstverständlichkeit ist, dass alle vollzählig von dem Ausflug zurückkommen, dass es sich das, was eine Selbstverständlichkeit von ihnen erwartet wird. Halten Sie diesen Vortrag in meinem Namen und weisen Sie unsere Damen ... Und weisen Sie unsere Damen darauf hin, dass Sie anschließend auf Ihre Arbeitsplätze zurückzukehren haben. Das war in Hamburg. Ich weiß nicht warum, aber das war mir lieb. Das war von allen Heimen. Wegen einer netten Erzieherin? Nee. Nee, die Erzieher waren die doofsten Mann. Wenn ich die noch mal kriege. Also ja, gewesen, nee, wegen dem Fisch. Ich war doch immer ein Heim. Ich meine, von Anfang an, aber ... Das war klasse. Aber Fisch hab ich nicht essen. Wenn ich den schon reihe, wird mir schlecht. Hör mal, Monika, hier wird aufgegessen. Mag keinen Fisch. Bei uns nebenan, also bei meiner Oma, da war doch eine Fischbordküche, oder? Nun stell dich doch nicht so an. Fisch ist gesund und ihr wollt doch heute Nachmittag zum Baden. Die Bärbel, die neben mir saßen in der Schule, die hat auch noch so lange Zöppe, die sind immer so rumwarb. Eine Gabel für deine Mami. Kenn ich gar nicht. Na dann eine Gabel für Papi. Hab keinen. Und wenn er nicht in Hamburg gewesen wäre, ich wär ja, na, die hat man ja wieder eine gekriegt. So. Schön aufessen. Du bleibst so lange hier, bis alles aufgegessen ist. Ja, Röthel? Was denn? Na ja, nun saß ich da 30 Stunden, ich meine drei Stunden, ich weiß nicht genau wie lange. Und immer zwischendurch sagt er, nu iss, nu mal los iss. Ah, wie der schon redete. Überhaupt. Immer essen. Wir warten schon auf dich, Dobe. Brav. Man muss nur richtig wollen. Ich freu mich. Es geht alles, wenn man nur will. nicht. Ach, wie? Ja. Zigaretten für Monika, wenn sie nichts dagegen haben. Ich glaube nicht, dass Monika was dagegen hat. Unter dem Bett, die Strippe. Monika, siehst du schon. Sieh doch deine Jacke aus. Hast du schon was gegessen? Ja, Frühstück. Ich hab kein Hunger. Ist ja auch bald Mittag. Gut, die sagt, du hast Krach mit deiner Hauswirtel? Neulich, da hat sie die Kinder vom Hof gejagt. Nur wegen Rollerfahren. Die hat so eine laute Stimme. Also nicht wegen mir. Ach, kennst du doch. Naja, aber ich muss dir auch gesagt, wegen mir kann sie nichts sagen. Du bist ja meine Oma. Aber die laute Stimme. Verstehst du das nicht? Hast du wieder nicht geschlafen, oder? Wo ist denn einschlafen? Halt! Bullen, ich bin nicht da. Nein, 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 bei mir nicht, nein. Ja, darf, genug, darf vielleicht, ja. Auf Wiedersehen. Komm, Kind. Kannst rauskommen. Na, Röpa, Bullen? Ach, was, was war denn? Sag doch endlich. Irgendwas mit dem Auto vor der Toreinfahrt. Schweine. Sag doch sowas nicht immer. Jetzt sind doch was Schweine. Bleib erst mal hier. Bei Bender, da habe ich ein Schild gesehen, dass sie Ladenhilfen suchen. Los! Nicht so schnell, Mensch. Okay. Mach's gut. Tschüss. Mensch, haut ab, los! Post schon da? Guck doch, was da steht. Ist doch offen, Mensch. Herr Martin? Ich darf warten, einen Anruf. So, so. Demi hat sich mal wieder einen abgebrochen. Guck mal. Wehe, wenn Sie mich nicht suchen lassen. Wach denn? Mach ich telefonieren. Sämtliche Gespräche, die für Mädchen bestimmt sind, müssen an die Heimleiterin verwiesen werden. Und diese entscheidet, ob sie an die Mädchen weitergeleitet werden können. Ich bin einer Heismangel. Wie heißt denn überhaupt? Halt doch nicht mal den Dabbel da draußen. Was? Wie du überhaupt heißt. Evelyn Hagen. Meine Mutter heißt Schulze. Hagen, Schulze. Schulze, das habe ich durchgestellt. Zu wem? Zu Frau Tim. Den denn sonst? Das kann nicht wahr sein. Scheiße. Hör mal was. Dann laufst du dir den. Scheiße. Da, 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 da. Bäh. Ich muss mit Frau Tim reden. Das muss während meinem Urlaub aufgekommen sein. Die kriegen meine Widerin. Was ist denn eigentlich so schlimm am Köln? Na alles. Das Essen? Na hinter rein, top. Dann tun die Mittlerinnen, wofür man extra dick wird. Puh, du spinnst. Na warum ist denn die noch nicht mit am Tisch? Wenn da Steinhauser, wo ich erst war, kriegen die jetzt hier auch mal eine Texte. Na warum wohl? Warum sind denn die mit dir alle so dick? Na Mensch, das ging. Weil er euch immer so riesige Haufen aufladet. Als ob das Essen ist eins hier im Leben, ja. Und dann die Strafen. Hier ist alles ganz einfach. Sie retten den Zug, Bunker, kein Ausgang, kein Fernsehen. Da müssen wir wissen, wo man dran ist. Im Kloster. Also erst mal Verachtung. Da muss man sich entschuldigen. Da muss man nachdenken. Da muss man sich schämen. Und mit dem Jungen ins Bettchen, das soll Sünde sein. Und als Liebmutter mir das zu mir gesagt hat, war ja gesagt, aber so bin ich denn da. Gleich Küchendienst. Und dann bist du ja auch dann mit ihr Haare. Mann, hab ich keine Angst in meiner Haare gehabt. Meine Mutter hatte ganz schöne Haare. Na einmal kommt die Nonne dazu, wegen mir gekämpft, aber wo ist denn deine Mutter? In Westdeutschland. Das ist doch mit Mami. Na deswegen bin ich ja weg, weil ich sie meine Mutter wollte. Jedenfalls nur deswegen. Wegen der Haare musste ich dann 400 Stühle stabwischen. 400. Es kommt auf das an, was man in seinem Herzen hat. Unser Herr Jesus sieht nicht auf das Äußere. Er ist ein Freund aller Sünde. Er ist auch dein Freund, wenn du dein Äußeres und dein Inneres sauber hältst. Freilichdorf, du Mörder meiner Jugend, Freilichdorf, gehören aus. Wenn wir in hoher Lüfter ausgab, rücken wir bestimmt nicht aus. In den Jüngern sind wir aufgegangen, in den Mulden. Stillen bleiben! Du bist ja endlich. Jetzt werden wir schon sehen, ob ich da bin. So, mach mal erst die Lachen bei den Bezügen, helfe ich euch dann. Das ist mir. Nichts. Mach mal Platz. Ich arbeite heute nicht. Lass die Knappe in Ruhe. Ich arbeite heute nicht. Denke gar nicht. Ich arbeite heute nicht. Ich habe keine Lust. Du bist heute in der Industrie. Bitte sofort! Hau jetzt hier. Frau Bonny? Du misch dich hier nicht ein. Frau Bonny, das gibt körperverletzende Tatjahre mit Nötigung. Halt den Mund. Komm, leck auf deine Ruhe. Da sind sonst jetzt alle. Ach, hunde. Aua! Wie lange hast du das? Nein, Aua! Nichts! Nein, Aua! Das ist ja weg zur Frau Tim. Die mögen mir doch nur Angst machen. Ich sah ja, was passiert, glaube ich. Warum bist du denn so komisch? Du kriegst keinen Ablauf, oder? Wieso nicht? Das weiß ich doch nicht. Der Herr Jesus sieht nicht auf das Äußere. Er ist ein Freund der Sünder. Er ist auch dein Freund, wenn du dein Äußeres und dein Inneres sauber hängst. Ich habe das Foto hier. Nein! 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 Ich höre es, der Matthäude! okay! Ich bin hier. Was ist das? Ach! Nein, nein! Ach! 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 Die Geschichte glaube ich dir nicht. Dann brauchen Sie doch die anderen. Das kann nicht wahr sein. Und wenn es doch war es, was denn denn? Als was haben Sie denn bis jetzt gearbeitet? Als Verkäuferin. Und wie lange? Ein halbes Jahr im SB-Land in Neukölln. Und warum ging das nicht? Setzen Sie sich doch. Ja, meine Mutter wollte, dass ich lieber im Geschäft mitarbeite. So brauchte jemand für hinter der Theke, dass er auch mal weggehen konnte. Ja, Sie machen ja einen ganz netten Eindruck. Und wenn Sie Freude an dem Beruf haben, sich dazu geeignet fühlen... Ja, sagt mir allen für sich zu. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Ich hab keine. Du machst mir Spaß. Bist du aus der Cannststraße? Nee, nicht Arrest. Heim. Mädchenwohnheim? Ja. Oder aus dem Lindenhof? Nein, natürlich nicht. Trebebraut, was? Nee. Na ja. Dann kommst du morgen wieder, bringst die Papiere mit, dann machen wir gleich alles klar, ja? Ja. Und die Haare lässt du dir ein bisschen schneiden, damit uns die Kundschaft nicht weg bleibt. Mir ist das an und für sich egal, nur wegen der Leute. Verstehst du schon, ja? Ja. Also, sind wir uns einig? Bis morgen dann? Bis morgen. Wenn die Keimleiterin wäre, würde ich erstmal alle Erzieher rausschmeißen. Mensch, pass doch auf. Könnte das gleich wieder zurückgeben. Nicht alle, Frau Lack kann bleiben. Du wärst auch nicht besser. Würde nur solche wie Frau Lack nehmen. Wenn's drauf ankommt, hat die auch Angst. Ja, aber die zeigt wenigstens, dass sie Angst hat. Wir nehmen erstmal die Handtücher. Und dann würde ich alle Mädchen entlassen. Spätestens, wenn's kalt wird, sind die meisten doch wieder da. Mensch, was sollen die sagen, die einen Kerl haben, der sich schlägt und anschaffen schickt und alles Geld abnimmt. Die haben selbst Schuld. Irgendwo muss sie ja hin und wenn's heim ist. Und dann wird die Arbeit abschaffen. Wenn du alles freiwillig machst, sind die meisten doch wieder da. Ganz ohne Arbeit geht's nicht. Irgendwas muss sie ja schließlich machen. Das ist der Schlimmste am Bunker, das man mit zu tun hat. Nicht zu lesen, nicht zu spielen, überhaupt keine Arbeit. Nicht, dass die Zeit rumbringt. Richtig für Geld. Ja, außer uns ist so doof und arbeitet für 20 Pfennig die Stunde. Und Zigaretten, jede Menge Zigaretten. Mensch, heute gibt's ja Geld. Komm, wir rauchen einen. Mensch, Juri, komm mit. Wo geht ihr hin? Ich, wo geht ihr hin? In Rochen. Aber bitte nicht nach draußen, das gibt wieder Ärger. Ach, Schröder, wir kommen ja gleich wieder. Wenn du genug verdienst, kannst du dir auch genug leisten. Und kein Gemäcker. Überhaupt kein Gemäcker. Und können wir sagen, Babsi, würde ich sagen, wirst du bitte so freundlich sein und die Rabatten sauber machen. Darf ich dich bitten? Sei so gut. Timi, mal wieder. Es ist verboten, während der Arbeitszeit zu rauchen. Es könnte ja der Pause tun. Sofort an die Arbeit. Ja. Heute Abend macht er die Rabatten sauber. Sämtliche Rabatten. Erst kommt die Arbeit. Babsi, bitte, ja? Ja. Ib auch. Los, 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 los. Na ja, dann bin ich dann wieder ins Kloster. Warten Tonnen gehabt. Was sollt uns umziehen? Der Lehrerin musste schon nach oben? Wer war das? Wer das war? Ich bestrafe die ganze Klasse, wenn ihr nicht sagt, wer es war. Feiglinge, ihr gefällt mir. Erst ein Ding drehen und sich dann nicht dazu bekennen. Wir haben uns früher zu unseren Dummheiten bekannt. Dann sagt mir wenigstens, wer den Feuerlöscher in die Toilette gesteckt hat. Mal los, wer? Monika Gerolds. Nur mal raus mit der Sprache, wer? Monika Gerolds. Sie hat nachher Klassenkeile gekriegt. Und dann ist er auch von der Schule geflogen. Weil keiner mehr mit ihr gesprochen hat. Sie hat meine Fürsäulen schon alt gegen mir gesammelt. Mann. Wollt man sowieso wieder, Tan, Mann. Wann ist es denn? Ich meine, du hattest doch den Feuerlöscher in Sklui gesteckt. Nee, warte nicht. Und sie hat mir den Kindern mehr gelobt. Wenn die das nicht gesagt hätte. Wie viel hast du denn die gekriegt? Ach, 2,40 Mark. Weg nur eine Mark. Hat mir die Woche ein paar Strümpfe gekauft. Guck mal. Ach, die Hannelore, die traut sich nischt. Mal los! Ich finde, wir holen Monika raus. Aus dem Bunker? Na, wohin sonst? Na, mag 20 so irgendeine Woche auskommen. Mensch, Jölf! Ah, die scheint ja ne Menge zu kriegen. Und wir haben uns das selber ausgedacht. Das handelte von der Stiefmutter und dem Kind. Die Stiefmutter war sehr böse und schlug immer das Kind. Und die haben nichts zu essen. Und das musste arbeiten und durfte überhaupt nicht spielen, wie die anderen Kinder. Und das musste immer so den Abwasch machen. Und die Stiefmutter lag während dem auf dem Sofa und das Kind kriegte immer geschimpft, bis sie ins Heim kam. Und dann eines Tages hat die Stiefmutter ihr Unrecht eingesehen und das Kind durfte wieder nach Hause. Und alles war wieder gut. Na, 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 Ilona, Monika, hab ich's mir doch gedacht. Das ist unglaublich. Das ist ja unerhört. Kommt sofort herunter, sofort. Los, los, los! So, wolltest du weg? War schon. Auf dem Klo? Nee, draußen. Das wird doch nicht wahr sein. Ich hab mir Zigaretten geholt. Hier, willst du eine? Finde ich dufte. Raus, Zigaretten holen, wieder rin. Nächstes Mal sagst du Bescheid, bringst du mal welche mit. Wenn du Geld hast. Wir laden schließlich öfter mal Mädchen von draußen ein. Ordentliche Mädchen, mit denen ihr euch befreunden könnt. Nein, nein, das ist kein guter Einfluss. Monika ist kein gutes Mädchen, glaub mir das. Was ist denn das? Mit Feuerzeugen. Das brauchst du hier nicht. Wir haben Zentralheizung. Das tun wir mal weg. Tja, hör mal. Wo hast du denn das her? Das soll mir die Anneliese begeben. Du weißt genau, dass du keine Geschenke annehmen darfst. Nachher kommt Annelieses Mutter und will wissen, wo das Gerät ist. Nein, nein. Hast du noch mehr Sachen, die dir nicht gehören? Nein. Außerdem ist es kaputt. So, kaputt gemacht hast du es also auch noch. Das war schon kaputt. Deshalb hat es mir noch gegeben, dass mein Bruder es heile macht. Lüg mich nicht an. Keine Widerworte. Du schleppst auch deine ganze Kindheit mit dir herum. Das müsst ihr auch mal lernen, euch von dem ganzen Kinderkram zu trennen. Weg mit diesem ganzen alten Zeug. Das hier. Schund. Ach. Den Brief habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ah, jetzt wird es interessant. Wollen wir doch mal sehen, was wir da haben. Ich liebe dich immer und ewig. Wir wollen immer zusammenbleiben. Deine Monika. Aha. Da haben wir es also. Da haben wir den Beweis. Ich werde euch helfen, ihr triebhaften Dinger. Pack jetzt deinen Kram zusammen und melde dich bei Schwester Beatrice. In fünf Minuten bist du damit fertig. Ach, und dann bin ich dann wieder rausgeflogen. Lesbische Mädchen wollen wir ja nicht hören, haben sie gesagt. Hast du Eluna danach mal wieder gesehen? Nee. Aha. Darf ich sie mal was fragen? Ich muss jetzt noch essen. Vielleicht habe ich nachher noch mal Zeit. Dann können wir ein bisschen weiter reden. Nein, dann gehen sie mal. Sowieso eine blöde Frau. Die können nicht machen. Ich kriege am Wochenende Nachturlaub. Da brauchst du ja nicht mitzumachen. Herr Schröding schreibt die Zeit sowieso an. Herr Schröding schreibt die Zeit an. Wenn Babs sie nicht mitmacht, kann Babs sie alleine und nicht die Eismangel nicht. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Los, wir machen das. Warte, händeln jetzt gleich. Warte! Was ist das denn? Sag euch, nach dem Essen ist besser. Ich bin nicht oben. Wenn man nicht essen, fällt nicht auf. Na Kinder, was gibt's denn heute? Seid ihr so weit? Waren sie bei Monika? Ja. Wann kommt denn die raus? Das ist bestimmt Frau Tim. Ich bin Frau Tim. Ja, du kommst, das Essen steht ja schon am Tisch. Wo ist denn Judith? Die hat nur keine Lust zu essen. Vielleicht macht's mal wieder einen Hungerspeike. Warum denn? Blöde Frage. Essen kriegt sie keinen Nachturlaub. Zweitens hat sie keinen Hunger. Reicht mir mal die Suppe rüber, bitte. Stimmt denn, Frau Lack, dass das Bunker fängt zu einem normalen Schlüssel? Nee, wieso? Nur so. Warum? Ach, ich hab gesagt, wenn's ein Vierkantschlüssel ist, ne? Dann kannst du den Löffel durchbrechen, denn die beiden Teile benutzen den Schlüssel. Hier an der schmalen Stelle bisschen durch. Klasse. Finden Sie das eigentlich richtig, dass wir wegen jedem Dreck in den Bunker kommen? Nein. Und warum sagen Sie nichts dagegen? Ich bin damit nicht durchgekommen. Bei wem? Haben Sie schon mal mit dem Leihugdampf geredet? Nicht mit dem Landesjugendamt, aber mit Frau Tim. Und? Das wirst du dir ja wohl denken können, oder nicht? Man wird doch wohl noch fragen dürfen. Man wird ja wohl noch schweigen dürfen. Da bin ich aber anderer Ansicht. Dann sei anderer Ansicht. Ich find Sie nicht gut. Die anderen finden Sie gut. Ich nicht. An ihm nicht? Schade. Für Sie? Ich dachte für dich. Jetzt lass das doch endlich. Frau Lack! Frau Lack! Mach! Back! Zack! Kack! Rack! Froh! Ich bin der Wind. Schade. Ich bin der Wind. Schade. Bio! Schade. Einfach schade. Schade! We are back away and ever since that night we've been through our Oh Joshi 27 In our hearts and hearts, all right for strangers in night Ja. Sind Sie lesbisch? Ich bin verheiratet, das wisst ihr da. Sind wir woanders. Wieso? Sie verachten uns nicht. Die anderen sagen das auch. Die Mutter, die sagt, auf einen Strich wäre lieber als mit einem Mädchen. Lass doch mal das peikern. Nein, das finde ich nicht. Wie meine Liebhaben ist doch nicht auf einen Strich? Naja. Wir strichen wegen Sinn aber so. Das ist doch was ganz anderes. Ich will dir mal was sagen. Ich weiß nicht, ob das gut ist, dass ihr so seid. Wie meine Liebhaben ist nicht schlecht. Ich frage mich noch manchmal, ob ihr euch wirklich lieb habt. Manche Mädchen, die den Macker machen, die sind so gemein zu dem anderen Mädchen. So wie Männer, die blöd sind zu ihren Frauen. Wenn ihr euch wirklich lieb habt, ist es gut. Ich finde sogar, es ist besser, du liebst ein Mädchen als gar niemanden. Frau Tim ist aber in einer anderen Ansicht. Ach, dann lass doch mal Frau Tim aus dem Spiel. Ihr habt es doch nur schwer, wenn ihr so bleibt. Ihr habt die Leute gegen euch. Na, nimm sie mit. Sie sieht aus wie ein Mann. Sie kann nirgends arbeiten. Ist doch auf der Tankstelle. Sie ist nicht auf der Tankstelle. Wenn ihr die Leute gegen euch habt, dann ist das schwer. Wenn du mal streitest mit deiner Freundin, dann siehst du sie plötzlich so wie die anderen sie sehen. Und die anderen sehen das hässlich an und du dann auch. Ja, und das ist schwer für euch. Frau Tim bekämpft das aber. Haben Sie mit Frau Tim darüber geredet? Monika. Trauen Sie sich wohl nicht, wa? Monika. Monika. Hey, hey, hey. Mensch, Pampas. Heidi, Pampas steht vor der Tür. Du bist kommend reden. Mensch, kleines I, weggemacht. Musst entschuldigen, wir sind gerade eben erst aufgestanden. Vier bis zwei, zehn Stunden, gar nicht so viel. Das ist kleine I. Na komm noch. Haben Sie ja noch ne Schrippe über. Ey, bring doch noch mal die Butter. Erzähl mal, bist du entlassen? Nee, abgehauen. Schon lange? Heute Morgen. Mensch, die ist eben erst raus und gleich zu uns. Hast du richtig gemacht, kleine. Schön, dass du da bist. Aus des Steinhauser, wa? Nee, aus dem Lindenhof. Aus dem Lindenhof? Wo willst du denn jetzt hin? Ich kann bei meiner Oma schlafen. Kannst du auch bei uns. Hier, Sofa ist frei. Brauch ich nicht. Vielen Dank. Na, überleg das mal. Na nun los, nur iss was. Kaffee soll ja noch lauwarm. Ey, bring doch noch mal ne Tasse. Soll ich dir's machen? Ich hab keinen Hunger. Na komm. Na komm, ich mach dir's. Was willst du denn drauf? Wurscht? Käse? Marmelade? Alles da. Käse. Aber erzähl mal, wer ist denn noch alles drinne? Ist Insel Lärcher noch drinne? Nee, die ist ja schon seit zwei Jahren in den Steinhauser. Die nimmt doch keiner mehr auf. Siebzig sollen sie schon abgewiesen haben. Pampas ist doch aus dem Lindenhof. Aus dem Lindenhof? Sonst bist du doch schon immer aus dem Steinhauser weg. Wollt man eben mal bewähren. Hast du aber nicht durchgehalten. Nee. Das schaff ich auch nicht. Ich werd immer wieder abhauen. So lange wie die kann ich mal nicht bewähren. Na gut, mach wir mal doch eine. Da kann ich die Tischdecke ja wieder abnehmen. Guck mal, was ich hier alles zusammenfummeln muss. Hier muss die Eins hin. Da der Kopf. Mensch, ich hab doch schon mal einen Kopf. Da. Heute Nacht, wie ich mit Heidi aus dem Hardy wiedergekommen bin. Heidi mal wieder völlig besoffen. Das stimmt nicht. Ich hab mir ja eier. Na gut, hast du dich eben geärgert. Jedenfalls hat sie ganz plötzlich ihr ganzes Geld rausgekriegt und zerrissen und in die Luft rumgeschmissen. Und ich, arme Schwein, muss nur wieder alles zusammenkleben. Nachher auf die Bank und wieder eintauschen. Typisch Heidi. Mach uns nachher was schöne zu essen. Mensch, wir müssen ja auch noch abwaschen. Hilfst du mir ein bisschen, Irene? Erzähl doch mal. Was macht denn Timmy? Puh. Es ist verboten. Ich dir ihre Stimme schon höre. Wir haben halt euch gesagt, wenn ich mal geführe und drinnen bleibe, kommen wir drauf aus und gehen. Die Isela, die macht ja zu Verkäuferin. Da waren zwei Monate um, da bin ich hin, da sagt die doch zu mir, Tja, dies und das, mal sehen, Geduld. Wir sind doch nicht so weit und alle zu schwierig. Mensch, oder hab ich gesagt, wenn die eure Worte nicht halten können, kann ich mich ins Uni halten. Bin ich gegangen. Ist richtig, hätte ich auch so gemacht. Ist die hier noch da? Da, was teint du? Ne, die ist weg, die hat ja heiratet oder sowas. Frau Mangold ist auch weg. Sind überhaupt die meisten neu. Wir haben jetzt Frau Lack. Was ist denn das? Ist dir das niedlich, wa? Die hat so feine Hände. Hat Jeanette mir geschenkt. Die Lack ist gut. Ja, hat wirklich durfte Ansichten. Auch übers Heim und so. Wem ist denn jetzt? Herr Isla Berger, sag ich doch. Er geht wieder mit dem Kerl und auf den Strich. Die wohnt in Imperial mit Gabriele Kaufmann. 450 Marktezimmer. Warte, bist du verrückt? 450? Na, was sollen sie denn machen ohne Ausweis? Mensch, hast du gehört? 450 kostet Zimmer im Imperial. Mit Freier? Quatsch, nur zum Wohnen. Ich war so dumm. Ich dachte, wir fanden sie mir recht. Mein Fürsorgen hat er nur gesagt, dass ich mitkommen soll. Als er mich damals aus dem Kloster abholte, hat er gleich gesagt, dass ich wieder ins Heim gekommen, dass das mit mir zu Hause nicht gut geht. Aber ich kam mir ja nicht drauf. Ja, Monika, nun ist es soweit. Dies ist der Lindenhof. Hier wirst du nun eine Weile bleiben. Ich hoffe, dass es dir gefällt. Wiedersehen. Nein! Halt! Halt! Seid ihr denn wahnsinnig geworden? Nehmt mal mit, nehmt mal doch mit. Der Knaster ist weg, Mädchen. Na, dann war ich das erste Mal hier drinne. Wegen der Abstriche. Manchmal ist man so blöd, dass man gelobt. Man kann doch was dagegen machen. In der Steinhausern nennt's im Bunker Besinnungsstube. Finde ich gut, dass man sich besinnt. Na ja, hat man ja dann noch besonnen. Und all ich die macht, was er sagt wurde. Ich hatte ja nur vor der FFE. Ich meine Fürsorgeerziehung. Ich hab mir gedacht, wenn ich mal gut führe, komme ich da wieder raus. Haben wir ja gesagt, ich muss mal bewähren. Dann haben sie das von der Christine rausgekriegt. Dann musste ich vor ihr recht. Warte mal, ich seh mal nach was, was denn los ist. Was ist denn hier los? Die Arbeit hat doch längst schon wieder angefangen. Ich los mal ab an die Heismangel. Was steht ihr denn hier rum? Eve! Wir streiken. Was macht ihr? Wir streiken. Wir bleiben hier, bis Monika raus ist. Was ist denn das nun schon wieder für ne Idee? Na jute, wenn sie nichts dagegen haben. So hört mal, nun macht doch keinen Quatsch. Monika kommt sowieso spätestens zum Kaffee wieder raus. Wenn er hier rumsteht, dann schadet ihr nur eher, als dass er ihr nützt. Das werden wir ja sehen. Wir haben uns das überlegt und wir machen das nur. Sie haben ja selbst gesagt, dass wir uns mal was einfallen lassen sollen. Na ja, aber... Aber doch nicht sowas. Kinder, Kinder. Und ich soll nachher wieder alles gerade bügeln, ne? Machen Sie mal, was Sie für richtig halten und wir machen, was wir für richtig halten. Mischen sich nicht in alle drin. Na ja, so wie ihr wollt. Aber rechnet nicht damit, dass ich nachher wieder alles ausbügle. Haben wir was davon gesagt? Acht! So, nun erzähl mal schnell zu Ende. Ich muss noch mit Frau Tim reden, dann muss ich auch weg. Gibt es ihr hier? Ich bin da öfter. Vor allem gibt es wieder einen riesen Krach. Ich meine, wenn ihr die Nacht hier bleibt. Ihr wisst ein Lernlehrer. Wir werden jetzt sehen, wie das ausgeht. Langweilig ist es hier nicht. Über lange Weile brauchen wir uns wirklich nicht beklagen. Ne. Eben wegen der Hüte. Tja. Was machen wir denn mit Monika Gerolds? Endgültig FE, würde ich sagen. Die Geschichte mit den Hüten, die ist nicht so wichtig. Aber die Großmutter ist einfach überfordert. Wir haben uns schon alles probiert. Monika Gerolds. Monika Gerolds. Wir sind ohne Hose. Die Haar ist lose. Steigt Nagi aus dem Bett. Ein Zimmer weiter. Da sitzen zwei Reiter. Und bummsten um die Wett. Die Halter rennt hin und her. Die weist nun gar nicht mehr. Wo sie zuerst krehen sollt. Die weite Schrolle. Ihr kommt zur Steinhauser. In eine Anstalt. Wo ihr das Finger an der Flan. Warum hast du denn das gemacht? Ich weiß es nicht. Du musst dir doch irgendwas dabei... Christina hat gesagt, wir wollen uns Hüte holen. Brauchtest du denn einen Hut? Ne. Du hast doch nur auf die Christine gehört. Wenn einer zu dir sagte, spring mal ins Wasser. Würdest du das auch tun? Ne. Wie nennt man denn das? Etwas wegnehmen, was einem nicht gehört? Ich bin stolz. Darf man das? Ne. Dafür wird man bestraft. Weißt du das? Ja. Weißt du, dass man dafür ins Gefängnis kommen kann? Willst du ins Gefängnis? Ne. Na, warum machst du denn dann sowas? Alle meine Älteren! Schmeiß mal hier! Was soll das? Ihr Karrengittert ist doch unerhört. Frau Schröder sucht euch überall. Wo ist Frau Lack? Drinne. Die Tür ist hier auf. Frau Lack, was ist hier los? Ich möchte Sie sofort sprechen. Los, los, los. Euch können wir schon fertig werden. Das ist Arbeitsverweigerung. Ihr werdet die Zeit unbezahlt nacharbeiten. Das ist doch unglaublich. Wir wollten Ihnen vorschlagen, Monika jetzt aus dem Bunker rauszulassen. Wer finden, sie hat lange hier noch drin gesessen. Das sind doch ganz neue Methoden. Weg hier. Kein Fernsehen heute Abend. Ganze Gruppe, kein Fernsehen. Alle Gruppen, kein Fernsehen. Und Sie kommen bitte sofort zu mir herunter. Und ihr geht an die Arbeit. Ab, ab, los, los. Es ist doch nicht laufend. So verruschelt Frau Schröder. Ich sag ja, es geht nicht besser. Nicht meine Schuld. Gib's wieder her. Ich mach's nochmal nach. Wo stecken die bloß? Auf diese Weise kriegt wenigstens meine Taschentücher glatt. Ja, aber wir können nicht die ganze Reißmonne laufen lassen, nur wegen der Taschentücher. Ist bestimmt was ganz wichtig. Das seid ihr ja endlich. Ich dachte schon, ihr kommt heute nicht mehr. Wir kriegen ja gar nicht mehr die ganzen Laken fertig. Also komm. Jetzt müssen wir uns aber ein bisschen ranhalten. Meine Taschentücher? Die machen wir nachher fertig. Immer nachher. Möchte man, dass was gleich gemacht wird. Heute noch, sofort. Nehmt erst die Laken. So ist das Leben eben nicht. Alle meine Entchen. Ich finde es nicht richtig, Monika Gerolds wieder nach Marienheide zu gehen. Sie kommt nach Friedrichshöhe. Das meine ich nicht. Ich meine, dass Monika sich überhaupt im Kloster nicht wohlfühlen wird. Darauf kommt es vielleicht nicht an. Sie war schließlich schon zwei- oder dreimal da, und es ist jedes Mal schiefgegangen. Das lag an Monika. Sie muss einfach lernen, sich zu fügen. Das bleibt nur Westdeutschland. Ich finde, wir sollten Sie eine Weile hier behalten. Wir können Sie ja vor die Wahl stellen. Kloster oder Westdeutschland. Falls wir so schnell in Engelshof einen Platz kriegen. Aber das ist doch keine Wahl. Ich glaube, dass Irene auch nur deswegen entwichen ist, weil sie dachte, sie kommt nach Westdeutschland. Mein Gott, was die sich immer gegenseitig vorlügen. Es hat bald keinen Sinn mehr überhaupt, ein offenes Wort mit ihnen zu reden. Kann man das mit dem Kloster nicht rückgängig machen? Die Entscheidung liegt beim Landesjugendamt. Dann rufen Sie doch noch mal an. Ich habe heute sehr ausführlich mit Monika gesprochen. Ich glaube nicht, dass sie im Kloster besser aufgehoben ist als bei uns. Monikas Platz ist aber schon belegt. Also zunächst mal Sirenes Bett frei. Versuchen Sie es. Wenn es geht, ist gut. Wenn nicht, dann ist eben nichts zu ändern. Darauf habe ich mir die ganze Zeit gefreut. Ich muss doch sagen können. Wäre doch gleich noch an den ersten Sticheier gewesen, oder nicht? Aber es gibt doch nichts Schöneres, als wenn einer zum Schluss noch zwei Karten hat, und die anderen sind fertig. Ich bin die Blöde. Hättest du ja auch gleich sagen können. Mann, ich habe mal gefreut, dass ich endlich mal so ein schönes Blatt hatte. Und du hättest doch wenigstens was sagen können. Na ja, krieg im Spiel glückende Liebe. Hast du auch wieder recht. Also nun, spielen wir noch einen? Nee. Ich muss erst mal Pampas Haare fertig machen. Ja, ich muss doch los wegen Gisela abholen. Du darfst aber nicht wundern. Warte, das ist noch nicht gleich blond. Das rote, das geht erst raus, wo man das so zwei bis dreimal gemacht hat. Komm hier mal raus. Ist doch auf alle Fälle besser. Hä? Mach's älter. Na, deswegen mache ich's ja auch. Und darum habe ich's ja auch schon nett gemacht. Jetzt kommt das nicht mehr mehr durch, seit ich komme die 21 jetzt. Warte. Aber ich mag's dann hier auch ganz gut. Oh Mensch, das brennt aber ganz schön. Nur los, mach zu. Jeder darf es kümmern sich dann in den Mund. Am Achtigen kommst du raus. Dann ist die Bewehrung hier am Arsch. Das habt ihr mir eingebrockt, ihr Schweine, ihr Arschkriecher. Jetzt muss ich in den Kloster, wegen euch. Warum habt ihr das nur gemacht, ihr seid gemein. Ich schleue nur mal alle zusammen. Jetzt muss ich in den Kloster, ich will nicht in den Kloster. Du spinnst ganz schön. Ich spinne nicht, hat nur Frau Tim selber gesagt. Sie wollte nicht, dass ich vernicht werde. Wegen euch, hat sie gesagt, weil ihr vom Bunker rumgesessen habt, dass ihr eine Lehre draus zieht. Ihr habt es falsch. Quatscht doch nicht. Ob du ins Kloster kommst, entscheidet es Laio und nicht wir. Hörtlich auch zu heulen. Passt deine Schwester unter den Rock, bist du wieder raus. Hau eine runter. Guck sie an, freche Mädchen nehmen die sowieso nicht. Ich hab nicht auf die Idee. Mach's doch auf lesbisch. Wie machst du das denn? Na, also jetzt spinnst du aber. Nee, ich spinne nicht. Fällt's der Schwester um den Hals und gib's dir einen Kuss. Sie schickt dich Postwenden zurück. Dann denk die noch, Monika freut sich. Denk sie nicht, wenn du es richtig machst. Monika, bitte komm jetzt. Soll ich? Ja klar, mach was. Egal was, mach was. Mensch, man kann so viel machen. Briefe schreiben, die ihn noch ein Schweinwisch finden. Vielleicht so von der Welt. Wenn von Liebe die Rede ist, können die sowieso noch an Schweinereien denken. Ha, brauchst du nie mal die richtigen Wörter benutzen. Ja, wenn man mit dem Kloster alles machen kann, warum kann man hier nichts machen? Wieso? Wir haben Monika aus dem Bunker geholt. Die wär sowieso rausgekommen. Die hätten sie vergessen. Der Knast hätte die erst wieder erinnert. Na, wir können ja mal was machen. Macht bloß keiner mit. Zusammenhalt gibt's hier doch nicht. Ich will nicht ins Kloster. Monika, du kommst sofort herunter, sofort. Ich will aber doch nicht ins Kloster. Dann müssen wir sie eben runterholen, wir haben eine Leiter. Tut mir leid, dann mach ich mir die Finger nicht schmossig. Nicht bevor das Gesetz nicht durch ist. Was denn für ein Gesetz? Na ja, dass wir auch mal zupacken dürfen, ohne gleich vor den Kali zu kommen. Lassen Sie sich ja mal ruhig oben. Ich hole Sie jedenfalls nicht runter. Monika, auf der Stelle, sofort. Ich will nicht ins Kloster. Schon ganz gut für den Anfang. Weitermachen. Weg hier, ihr habt hier nichts zu suchen. Weg hier an der Arbeit. Demi, Demi. Wenn du nicht sofort runterkommst, Monika, dann werde ich persönlich dafür sorgen, dass du nach Westdeutschland kommst. Persönlich. Ich würde aber nehmen können nicht da. Ich sehe nicht. Warum nicht gleich so? Flugzeug immer noch in der Hand der Luftpiraten. Die Luftpiraten. Die Luftpiraten. Reisen des Jaxens. Die Luftpiraten. Von Riedliger. Die Luftpiraten. Deutsches Kaufgebot für Mexiko nominiert. Die Luftzeichen immer noch in der Hand der Luftpiraten. Die 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 Luftpiraten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bist du wagt geworden? Ja, bitte. Nee, Karin. Wieso, weil ich rauche? Rauchen ist verboten. Wer sagt denn das? Frau Tim. Seit wann wir es tun, Frau Tim? Das möchte ich auch mal wissen. Rauchen ist verboten. Warum denn bloß? Mensch, wir gehen doch aufs Klo. Das ist nicht verboten. Wir machen die fertig, wo wir im Recht sind. Rauchen ist auch ein Recht. Aber gesundheitsschädlich. Ach, scheiße, ich weiß auch nicht alles. Ich muss aufs Klo. Also gut. Hier ist doch geraucht worden. Mensch, Kinder, es ist schon spät. Macht endlich Schluss. Ich will schließlich auch ein paar Stunden schlafen. Ich habe morgen früh wieder Dienst. Frau Segebrecht ist krank. Gute Nacht. Ich habe jeden Stein durchgefühlt. Komm, rücken nach. Ich kann nicht mehr loben. Keinen Schritt mehr. Siarätik auf dem Meer. Wollte dich erzählen, verstehe Kefrau. Doch. Ich glaube, meine Sohn. Wahnsinn, Wahnsinn. Wir sind gelaufen, wir sind gelaufen. Na ja, ein schön viel später. Nee, U-Bahn auf Onkel Toms Hütte. Die ganzen Straßenrund. Da sind sie nett, die Reklamen, dass ich nicht hier helfe. Die Jungs ist klein. Was ist du, Flam? Wir wieder zurück. Ich habe so einen Block rum, lila Beleuchtung. Was ist, Friseur? Denn durch den Wald? Ich sage, da wäre der Zaun nie gewesen. Wir wären glänzend Wasser in die Woche. Das war so ein Licht, Pampas sagt, das ist es. War aber nur ein Licht, was sich im Wasser spiegelte. Eine Juicebox. Was, eine Party in irgendeiner Villa? Und dann die Schlafermusik. Mann, komm, Marani. Ich musste immer fragen, mich hat es immer vorgeschickt. Liebt da so eine alte Frau über dem Platz am Essen fahren, oder? Ich sage, Entschuldigung, sie gibt es in der Nähe noch mehr Lokale. Du sagst, ja, da drüben, der Grill, wirklich gutes Essen, auch gar nicht teuer. Was ist, wie wusste ich denn das? So ein roter Sportwagen, der ist dreimal uns vorbeigekommen. Nachher hat er gehalten. Der dachte so wie der Jans was anderes. Also Jans anders. Ich sage, da die ganze Clare leh runter und durch den Wald. Schöne Waldesloch. Ich habe jetzt so eine kalte Beine. Ich sage mal, stell dir mal vor, wir werden uns da drauf verlassen. Wir werden nicht mal das Espanjeld mit ihr haben. Wir werden jetzt noch draußen. Wir kämen nie mehr in Tari. Sag mal, das muss doch da sein. Die hat mir das doch gesagt. Sie war ja selber schon mal da. Und dann wird ich rühne. Heidi, komm. Heidi? Mensch, die denkt, ich merke nicht, dass sie so früh aufhört. Nicht mal halb eins. Sie sind ja schon hier. Wir haben es nicht gefunden. Wieso denn? Das soll doch eine EU-Bahnhof Onkel Toms Hütte sein. Überall rumgelaufen, nicht gefunden. Bist du sauer? Nee, Frau Kirsch. Was ist denn los? Nichts. Ich bin müde, aber schließlich gearbeitet. Ich habe mir das nicht ausgesucht mit der Nachbar. Lassen Sie die Tür doch auf. Ich bin todmüde. Ich habe morgen früh wieder Dienst. Wenn ich nicht ein paar Stunden schlafe, habe ich halt das nicht aus. Wir haben das für Sie nicht ausgesucht. Ich weiß nicht, was du mit deinen frechen Reden erreichen willst. Dass die Tür aufbleibt. Ich bin jetzt das letzte Mal aufgestanden. Ich glaube euch das auch nicht mit der Buttermilch. Buttermilch treibt. Ich habe das Gefühl, ihr macht es extra. Nein, damit die Tür aufbleibt. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich bin müde, wendet euch an Frau Tim. So was macht man doch schriftlich. Ihr seid doch keine Analphabeten. Schluss jetzt. Nein, Schluss. Jetzt wird es schon hell. Nee, ist der Mond. Nicht so laut. Bist du mondsüchtig? Nee, du. Nee. Vielleicht steht ein Mann draußen und leuchtet mit der Taschenlampe zu uns rein. Denkst du was? Nee, du? Hm. Was denn? Ich stelle mir vor. Was auf, was ich mir vorstelle. Auf dem Hof steht ein kleines Häuschen. Dann Häuschen aus Holz. Mit dem Herz in der Tür. Dann ausgeschnitten mit dem Herz. Im Klo. Und das Häuschen ist das Einzige für die jansen Leute, die hier wohnen. Auf, ich muss! Auf, Mann, ich muss an! Ich muss an! Auf, Mann, ich muss an! Auf, Mann! Oh, Mann! Oh, no, no, no! Nein, nein! Stehen Sie auf. Was ist los? Guck doch mal nach nebenan, was los ist. Du hast natürlich nichts gehört, ne? Gar nichts. Guck doch mal an, wie deine Kollegen jetzt immer zugerichtet haben. Vater Staat kann ja zahlen, ne? Und was wollen Sie von mir? Aufstehen, komm, komm. Aber ich muss doch morgen früh zur Arbeit, ich muss noch schlafen. Ich kann auch nicht schlafen. Kannst dich bei deinen Kollegen bedanken. Was ist denn? Nicht. Willst du gehen? Und? Mitten in der Nacht. Früh. Warum denn so plötzlich? Kannst doch bei uns wohnen. Klein geändert. Verstehe ich nicht. Du verstehst vieles nicht. Wer reisen will, den soll man nicht halten. Eben. Mach's gut. Schönen Dank. Grüß Heidi. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Sie können mal das Laie anrufen, die sollen wir hier abholen. Ich komme von Trebe. Ich bin aus dem Lindenhof und will zurück. Mein Name ist Irene Carstens. Da durfte ja wohl vorliegen. Einen Ausweis habe ich nicht. Wie gesagt, ich komme von Trebe. Kann ich mal setzen? Ja, bitte. Danke. Irene Carstens. Sie können mal das Laie anrufen. Du siehst ja so mide aus. Ja, tschüss. 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 Wir haben beim Bulli gemacht. Der Tee ist für ihn nicht, aber der hätte es dabei rausgekommen. Reich mal diese Nahtsprache rüber. Geht's heut zu Ihrem Bunker? Mal sehen vielleicht? Ja. Muss ja ganz schön schlimm gewesen sein heute Nacht. Mach mal nächste Nacht wieder. Du, ich hab heute Nacht machen. Brauch ich ja gar nicht erst aufschließen, wenn ich schon Bescheid weiß. Dann lassen Sie doch die Tür offen. Das darf ich nicht. Warum eigentlich nicht? Man hätte da bis heute warten können. Wir waren eben gerade in Stimmung. Stimmung. Man muss da so was erst mal bereden. Naja, irgendwie vorbereiten mit den anderen. Leichter gesagt als sie taten. Jeanette hat mir da so ne Sache erzählt. Die wollten alle aus den Steinhauser abhauen. Sind verfiffen worden. Die wussten selbst nicht, was sie wollten. Das ist es ja. Wenn man nicht weiß, was man will, kann man nichts machen. Guten Morgen. Du bist ja schon wieder da, Irene. Wie Sie sehen. Was war denn eigentlich heute Nacht los? Mischen Sie sich nicht in alle drin? Sie müssen sich mal entscheiden, für wen Sie sind. Für die oder für uns. Wenn's drauf ankommt, haben Sie auch Schiss. Na, wenn's drauf ankommt, sollen wir das Schnauze halten. Da können Sie die Ohren nicht ändern, sind der anderen schuld. Wenn's drauf ankommt, ist Frau Lackner Erzieherin wie alle anderen auch. Wenn Kinder dabei ist, da ist Frau Lack prima. Im Bunker ist Frau Lack Jans große Klasse. Aber wenn's drauf ankommt, da kann Frau Lack nichts machen. Da muss er abschließen, muss in der Westdeutschland verlegen, muss ein Fernseher abstellen, muss das Licht ausschalten. Mach Knöpf, Frau Frau Tim, krieg Frau Tim in den Arsch. Irene. Nein, ich rede ich. Lass mich doch auch mal was sagen. Ich! Was soll ich denn deiner Meinung nach tun? Nicht so viel fragen. Wir sitzen doch drinnen. Wir sind doch die Doofen. Einmal mit euch das machen, was ihr mit uns macht. Einmal einen Spieß umdrehen. Einmal den Bunker von außen abschließen und ihr sitzt drinnen. Na, das hat ja keinen Sinn. Mit Frau Lack hast du die Falsche erwischt. Die hört wenigstens mal zu. Kannst du nur jemand sagen, der zuhört. Das ist denn der Falsche? Dafür kann ich nicht. Das nützt aber nichts. Wenn wir wüssten, was wir wollten, dann könnte Frau Lack sich auch für uns entscheiden. Wenn. Siehste doch. Wir machen eine Aktion. Was passiert? Bambule. Alles kaputt. Die Bullen. Aus. Bums. Dann machen wir dem nochmal. Ach. Die Weiber kriegste doch zu nischt. Man muss eben mehr reden. Ja, viel mehr reden. Warum wir das machen. Was wir wollen. Und den Bunker mit richtigen Sachen vollschreiben. Nicht mit Peter, ein Navi oder alles Scheiße. Na, was denn? Na ja. Nieder mit dem Lajuk. Oder Heime sind Gefängnisse. Na und dass wir richtig bezahlt werden wollen. Dann kommst du nie raus. Ach Quatsch. Wer Terror macht, den schmeißen sie raus. Wer sich gut führt, der wird verjessen. Der wird schwarz hier drinnen. Wenn du dich fügst, wirst du fertig gemacht. Verstehst du, Eve? Wenn du dich fügst, dann freuen sie sich, dass sie dich fertig gemacht haben. Dafür sind sie denn nett zu dir, dass sie dich kaputt gemacht haben. Nee, du nee. Wer hat heute Nachtdienst? Kasper. тур sticker. Ach. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.